Schrabbeldoppeldoppel 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 Und willkommen zurück bei Lesbekah Savaini Ja, drei, und willkommen zur Geduldstage Dieses Spiels Jo, die kenne ich auch noch So vom Vorspielen, also nicht vom Vorspiel Sondern, naja, wer will schon mit Knochen Ein Vorspiel machen? Da fällt mir was von Micha Mittaumeier ein Aber egal Hast du diese Hüftknochen gesehen? Boah Eh, nein Jo, äh Das ist sozusagen die Skelett-Knochen-Stage, wenn man das so sagen darf. Machine One? Nein. Wie gesagt, Verstecke kenne ich. Ach, du gütiger Urgo. Nein. Okay, wo habe ich her? So, du gehst... Oh, kaputt! Oh, du können... Oh, lala, oh, lala, oh, lala. Puh, Alter, oh Gott. Ah, ja, ja, oh, da hier. Ich mag dieses... Ja, welches Stage, wenn ich überhaupt möge, wird höchstens noch schlimmer. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich sollte mich auf die Treppe stellen, bevor ich hier hochgehe, weil sie werden mich sonst umbringen. Oh, gut, dass ich das auf Video habe. Auf Video. Weil die VD ist verdammt erfunden. Hört auf zu spawnen, ihr Mistra... Scheiße, dass ich das auf Video habe. Ich habe gedacht, wow, wann bist du hier gut durchgekommen und ein einziges Mal getroffen zu werden. Aber nein. Natürlich kommt die Axt noch nicht zurück. So. Nein. Ich habe gedacht, ich wäre über solche gefühlsgesteuerte Kommentierweise mittlerweile hinaus. Aber nein. Ich bin nur ein Spiel, was mich mehr fordert, als der Verstand das hergibt. Das spricht ja nicht immer nicht für mich, oder? Ja, das wusste ich noch, dass das Fleisch da oben eingearbeitet wurde. Fahre mich ja, was die Ingenieure, ich meine, die Architekten dieses Etablismus sich gedacht haben, hey, das hier ertelt nicht, ne? Ui. Sagt die Statistik jedenfalls hier. Ich meine die Statik. Statistik. Oh Gott. So viel Kommentar. Der Fall Kommentator. Ja, wenn ich mal einen neuen Kanal aufmachen muss, weil ich irgendwie Copyright Probleme habe, dann bin ich der Fall Kommentator. Äh, nicht verwandt mit dem Kommentator, aber Grüße an dieser Stelle mal an dich. So. Ähm, so. Wenn man hier hoch geht, geht's hoch. Also, äh, auch der Bildschirm. Der Bildschirm. So. Jetzt gehe ich da und zuck, 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 zuck. Hier darf man nicht so schnell... Ui. Hoch. Weil sonst sieht man die Scheibe nicht. Ja, ja, rüber. Walla, hi, da. So, gut, das klappt. Ja, wie sehr. Irgendwie ganz gut. Was sag ich? Ja, wenigstens habe ich noch mein Weihwasserbier. Oh, ja, Weihwasserbier. Das sollten die mal in Kirchen einführen. Ich meine, da würde ich auch öfter vorbeikommen. Oh, hallo, Mann. Oh, hör auf, auf meinem Kopf rumzutrampe. Möp, möp. So, da gibt es hier nochmal irgendwo ein bisschen Lebenspunkte. Lebenspunkte, das wäre schön. Schnupp, schnupp, Füße wegkratzeln. Also, gut, es wird zwar weh tun, wenn man mir die Füße so wegbrezelt, aber... Nein, 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 nein. Das stirbt doch keiner von, oder? Mein Tafel ist es noch Rüstung unten an den Stiefeln. Ich meine... Stiefelrüstung, Stiefelrüstung. Captain Planet hat Hämorrhiden unter den Fußsohlen. Ha, 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 ha. Da unten ist ein Bumerang, glaube ich, drin, aber ich habe Weihwasser. Wobei, der Bumerang... Entschuldigung, der Bumerang ist hier, glaube ich, wesentlich besser als der Bumerang. Nein, als der Weihwasser. Dann ist so eine Stage, wo ich dann... Ach, du Scheiße, sage. Ähm, ja, das hier ist die Geduld. Oh Gott. Mal sehen, ob ich das hier auch nur ansatzweise durchschaffe. Das wäre sehr schön. Du schießt nur zweimal. Komm, spuck, spuck. So, tschuck, tschuck. Spuck. Komm mal, hier. Mach pop, pop, pop. Pop, pop, pop. So, das wäre aus dem Weg geschafft. So, gucken wir mal hier. Über den Kopf drüber schießen lassen. Und rüber, komm. Ich kann dieses Passat. Ich habe keine Ahnung, wie die gescheit funktioniert. So, und ich kann mal so zu hoch, 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 hoch. Ja, aber nicht zu hoch, nicht zu hoch. So, jetzt halt nochmal, hier, komm. Aber pop, 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 pop. Und rüber. Nein, nicht mehr runter. Nicht, oh, Scheißtreppe, Scheißtreppe. Ja, ja, mal hier, pop, pop. Oh Gott, die Zeit, die Zeit, keine Grenzen. So, und, und kann... Uiida, bu. Ja, nochmal hier, spuck, spuck, spuck. Danke, ja. Und spuck, spuck, spuck. Schnell, 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 schnell. Nein. Hoch, hoch, hoch. Bitte nicht treffen lassen, bitte nicht treffen lassen, bitte nicht treffen. Schum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte nicht treffen lassen. Nein. Nein. Es tut mir la... Zwei Wasser behalten. Bitte kein Vogel mehr. Bitte nur ein Flugzeug küsst. Oh, leck. Egal. So, ich weiß, zufällig, dass... Hier beim Formen Bossgegner. Oh shit. Noch das da drin ist. Und jetzt werde ich sterben. Komm hier, aufs Schienenbein, mein Freund. So. Oh, Schwein. Uuuh. Hört auf. So, eigentlich ist er... Nein. Ganz einfach. Umbringen. Nein. Nein. Warum bin ich weggelaufen? Nein. Oh, scheiße. Das sah doch so gut aus, Mann. So, jetzt haben wir da. Und da gucken wir mal, ob für die Süfer da noch was drin ist. Vielleicht soll ich ihn auch mit Süfer machen. Das Problem ist... Oh, sehr schön. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf... Ach Gott, den habe ich eben mit Weinwasser platt gemacht. Wir Weinwasser haben. Geh mal wieder hier rüber. Und dahin. Kommt da her. Nein. Weg, 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 weg. Da. Wieder hin, 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 hin. Zing, zing. Weg, 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 weg. Uuuh. Ja. Das Terrain. Au. Ausnutzen. Ach du Scheiße. Ich... Hahaha. Ich könnte mal nicht mehr auf Drogen. Aber nein. Nein. Nein, bin ich nicht. Ähm. Höchstens auf Anti-Nach-Kaffee-Drogenwirkungen. Ja. Ich habe eben viel Kaffee getrunken, Weihnacht lang gewesen und so. Und so. Ja, das ist jetzt wieder... Jetzt werden die ganzen Leute, werden die hier aber sowas schon vorspulen. So. Und ich habe ja besser hinkriegt. So. Und jetzt schieß. Schieß, schieß, schieß. Und jetzt hoch, hoch. Schau. Hui, hui. Hui, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich habe es geschafft. Ich habe es. Ich meine, ich habe es noch nicht geschafft, aber das weiß ich nicht. Geschafft. Und jetzt absch. Komm, 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 komm. Komm. So, abwarten. Hu, 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 hu. Hu, 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 hu. Du bist noch einmal getroffen. Das geht, ne? Das geht. Huh. 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 tut doch ich kann mir gerade vor wie irgendwie keine ahnung ein zirkus als ich noch gott ja kein vogel kommt mehr wird dann kein messen ist jetzt mit voller lebenskraft sowas gehen und ihm auch kommen da muss die süfer an süfer kammer du bist jetzt dran ordentlich feuerschalen auf schienbein und offen ja das ist jetzt risiko mein letztes leben wird die scheiß stage noch mal machen dafür kriegt er jetzt ordentlich auf schienbein und glaube ich jedenfalls ob baller und und ja ja egal nein und ja warum nicht gleich so genau viel besser so ja nicht mal direkt am anfang mit verantworten muss ist die türen rechts von der fahrer zuvor aufgenommen so ich denke ich hätte es würde jetzt eigentlich fast gerne die folge beenden weil ich bin jedoch irgendwie wohin gekommen so ich trage wie ein mann spieler frau oder mit einem frau die für mann gehalten wird und das passiert mir auch öfter sag ich jetzt bei meinen großen dingern und die jungen und hochmann und jetzt aus dem sack dann doch noch gar nichts mehr vielleicht soll ich sie verbracht hat tatsächlich öfter mal ein packen bei den vierern bei denen bei den axt werfen ich werde jetzt einfach mal mein glück herausfordern und schien schien ein nix da und ja nach dem außen bleiben ich weiß ich frau frau kommt spuck 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 die weg stirbt so da kommt der vogel oder da kommt ein herz und jetzt kommt wieder der vogel ich muss ja ja ich muss das sagen raven berühmung ein kräftan so immer wenn vogel angreifte ist es baby euch gegner ein damit kann man sich glaube ich auch irgendwie ein bisschen Oh, geil, das wusste ich noch gar nicht Nein, nicht Nein, geht dann durch die Tür, Frau Kann ich vielleicht mal irgendwie extra nehmen oder so kriegen Das wäre jetzt gerade mal ganz dufte Wo ich hier gerade durch Och, nee, nee, nee Nee, 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 nee Eis Eis Umhauen Das ist ja geil Und Eis Och, du Scheiße Ui, ui, kann ich nicht von hier aus erwischen Nee, nee, nee Und Schock Ja, Schock Ich brauche mehr von den Herzen Ich habe irgendwas drin Nein, nein Weil das Eis ist gut Nein Okay, das Eis merke ich mir So, jetzt warten wir mal kurz ab Bis der unten Das bisschen ritte Und jetzt Nein Nein Warum hast du die Oh, die Scheißtreppe Wird uns die Treppe wieder besiegen Fahren wir es beim nächsten Mal Wenn ich wieder hier continue mache Bei Let's Play Castlevania Gegen Zwergen Die mir E-Mails schicken Bis dann Wünscht euch der Feinbestner 13 Einen frohen, heiligen Nachmittag Am Abend Bis dann Ja, der Todesknüppel aus der Hölle Ich mag Todesknüppel aus der Hölle So Ja, und immer noch Feuerbuch mit Und dann nächste Mal Geh mal durch die Tür hier Bis dann Ciao Ciao Ciao